Oh, Fischi, ey. Fischiii. Hallo Leute und willkommen zurück zu American Mac G's Els. Wow, Fischi. Nicht nur einer, da hinten ist noch einer. Egal, wir kacken jetzt nur auf die Fischis. Wow, hier ist ein Gitter, ja super. Äh... Wo ist das denn hier? Keine Ahnung. Oh man, Leute. Das ist jetzt hier grad echt ein wenig verwirrend. Bin mir grad nicht so sicher, wohin wir müssen. Also hier komm ich ja irgendwie, komm ich nicht hoch hier, ne? Hier komm ich nicht hoch, ne? Weil hier waren wir ja noch nicht. Hier würde mich mal interessieren, wie ich hier hinkomme. Wo wurde ich denn jetzt angegriffen? Hab hier Fischis am Hals? Wow! Woher kommen die denn? Aber ich hab da was gesehen. Ich will nur kurz in den Luft blasen. Und mal safe. Ich hab da grad gesehen, dass man da runter kann. So. Ja, Fischi. Ja, ist gut. Ich weiß, du magst mich. Boah, woher kommen die denn alle? Ist doch nicht gekommen von hier. Wow. Wurden wahrscheinlich freigegeben. Oh, ich ertrinke. Ich ertrinke. Ja, toll. Gut, dass hier noch ein bisschen Energie rumliegt, ey. Oh, kann ich hier hoch? Oh. Äh, ne. Kann die nicht da hoch springen? Mit diesem Glitch? Komm. Komm, ich weiß, dass du es kannst, Alice. Ich weiß, dass du es kannst. Oder auch nicht. Ach. Hm. Okay. Aha. Dann, äh, wow. Ah, okay, da komm ich aber drauf. Wupp. Wä? Was zum? Was wollt ihr denn? Bam. Boah, so voll zerfetzt. Äh, ja, das war eigene Dummheit. Okay. Ach, da unten die Fische spucken mich an, ey. Eine Rotze könnt ihr aber überhaupt bei euch selbst bald, ne? Okay. Okay, das sieht interessant aus hier. Ich meine, den Ausgang haben wir ja eigentlich schon gefunden. Aber ich schätze mal, dass man irgendwas aktivieren muss. Aber hier schon mal nicht. Aber hier. Und was macht das jetzt? Gut, dass es eine Kameraführung gibt. Ah, okay. Okay. Oh, hallo Leute. Hallo Leute. Ich wollte eigentlich noch mal kurz gucken, was hier war. Aber ich glaube, dass mit dem Hebel war... Ach du Scheiß, was ist das denn? Okay. Ich glaube, das mit dem Hebel war nämlich mit Zeit. Also die Zeit, die man nicht sieht. Also die Zeit, die man nicht sieht, dass es mit Zeit ist. Ihr versteht schon. Deswegen will ich mal ganz kurz gucken, was hier ist. Ich glaube, hier kommt man von oben hin. Na, nicht ganz. Wo bin ich jetzt hier? Ach, ich bin hier. Okay. Alles klar. Dann gucken wir jetzt aber erstmal da. Bei dem Hebel. Wuppala. Habe ich den Timer überhaupt gestellt? Ja, boah. Ich habe mir dran gedacht, ey. Okay. Aber wir gehen noch mal zur... Da ist die Tür zu. Ähm. Hier haltet aber verdammt viel raus. Puh. Au, ey. Wie viel hältst du denn aus, ey? Kann ich schon sagen. Der Hebel ist aber gedrückt. Und ich hoffe, der ist auch nicht mit Zeit. Sieht zumindest nicht danach aus. Und da komme ich auch gar nicht mehr raus. Also muss ich hier lang. Und dann muss ich mal ganz kurz überlegen. Wo das war. Ich habe hier wieder mal zwei Wege zur Auswahl. Einmal hier rein. Und einmal... Da lang. Da kann ich übrigens auch noch rüber gehen. Was ich jetzt mal machen werde. So. Wo zum Teufel bin ich jetzt? Ein Herz. Und ich muss ins Wasser. Gut. Dann gehen wir ins Wasser. Jetzt muss ich nur noch den Weg finden. Ach, wir sind hier am Anfang. Okay. Dann weise ich den Weg. Derweil er mich hier. Und verschießt. Lasst mich in Frieden. Unfair. Ich habe kein Messer. So. Boah, bitte lass das Ding auf sein. Bitte lass das Ding auf sein. Nein. Ich habe keinen Bock auf so ein Zeit Ding und dann wieder zurück und so. Nee. Ah, das Ding ist noch auf. Schön. Hier muss ich hoch anscheinend. Dann save ich mal. Lulululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululululul Wo zum Geier bin ich denn jetzt? Hey, cool. Ich bin auf einer Brücke. Ich bin oben. Also war das vielleicht doch der Anfang, den wir gesehen haben. Und ich gehe jetzt den richtigen Weg. Das wäre natürlich... Sehr gut. Auf jeden Fall... Ja, hier ist viel los. Hier ist viel... Viel los. Ich speichere mal. Habe ich dich getroffen? Nein, natürlich nicht. Oh, er muss seinen Kollegen rufen. Der kann doch eh nichts machen. Halt doch mal stehen. Hui. Okay, da hinten ist ein Schalter. Komm. Jetzt verrecke einfach, ey. So. Ah, also war es doch. Kann ich da durch, bitte? Lass mich da durch können. Nein. Doch. Nein. Oder? Nein. Aber es bleibt auf, ne? Hoffentlich. Oh, okay. Ja, gut. Hallo, Robo. Ich... Du interessierst mich gerade nicht. Boah. Nice. Nice, nice, nice. Unter Wasser. Oh mein Gott. Wenn ich so ein Kapitel schon wieder höre, kriege ich Schlittkotzen da. Die Schildkröte bewies, es hat Vorteile, Reptil zu sein. Na, volle Kanne. Oh, Fischi, ey. Fischi. Komm ich hier hoch? Lass mich jetzt nicht sagen, ich bin... Och, nö. Sag mir nicht, ich muss direkt ganz mal sagen. Ich bin nicht. Mann. Gut. Wasserlevel, ey. Ja. Dreck mal. Drei Fische. Überhaupt nicht nervend oder so. Oh, vier Fische. Und ich krieg keine Luft mehr. Und ich werd vom Fisch massakriert. Man. Man hat noch nicht mal eine Luftanzeige. Das ist doch voll fail. Und lass mich raten, ich bin direkt am Anfang... Oh, bin ich mal den richtigen Weg gegangen? Boah, Gott. Ey. Also, Alice, ne? Och, Gott, ja. Nun muss ich doch natürlich dranhängen. Och, Gott, ja. So, und was bringt mir das? Och, Gott. Mit Wasserpegel. Heiliger Bimba. Boah, Fisch. Geh mir nicht auf den Sack, ich sag's dir. Sonst esse ich dich später noch, ey. Obwohl, ne, Fisch ist eklig. Ja. Ich glaub, ich hab gleich keine Luft mehr. Gib mir die. Okay. Ja, wow. Was hat mir der Wasserpegeländerung jetzt hier irgendwie verschafft? Komm, ich schätze hier irgendwie weiter oder so? Ach, da die Luke ist auf. Okay. Ist die Frage, muss schon die Luke? Was zum... Hat er mich voll angelegt. Wett mit dir. Ja, ich geh ja noch... Oh, ich kann ja... Ja, ich kann den Pegel noch höher setzen. Ja, aber noch nicht, oder? Doch, kann ich wohl. Ich muss wahrscheinlich hier den Turm hochklettern. Oder auch nicht. Ach, das ist einfach nur eine Abkürzung gewesen. Für die, die wussten, dass da eine Abkürzung war. Ach, geil. Okay, aber ich glaub, hier bringt mir das noch nicht so viel. Das Ding ist noch zu. Da hoch komm ich noch nicht. Dann würd ich sagen, wir müssen... Woher kommst du jetzt schon wieder? Der mich auf... Ey. Leute, ihr müsst mich doch verstehen, dass das Spiel echt... ...anstrengend ist, ey. Guckt euch das doch mal an. Das ist schlimmer als Kaiser Mario. Jetzt weiß ich auch, warum es hier so viele Quick-Safes gibt. Und beziehungsweise erlaubt sind. Ja. Ah, okay, da ist ein Loch. Hab ich nicht gesehen. Gibt es hier wenigstens Luftblasen? Da sieht nicht gut aus. Da gibt es Luftblasen. Ja, ja. Boah, das werd ich nie im Leben schaffen. Das seh ich doch jetzt so. Okay, das war noch ein kleines Rohr. Komm ich überhaupt hoch? Ja. Ja. Ja, hallo? Willst du nicht hoch? Kein Bock, ne? Dann lass dich wenigstens fallen. Ei, 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 ei. Ich werd doch eher jetzt runtergelegt. Ne? Okay. Ich geh mal davon aus, dass man den Wasserspiegel immer höher setzen muss, wie jetzt den hier. Und danach können wir nämlich überall auf die da hinten, also die da hinten rein, kommt Fischi. Hallo Fischi. Da ist auch, boah, so viele Fische. So, komm. So, gib mir die Energie, ey, die brauch ich gar nicht dringend. Fall doch nicht noch weiter. Ah, nix auf Fischi. Ja, den hab ich ja sowas von gekonnt ge... Boah, ist das unfair. Das ist ja... Boah. Energie. Speichern. Luft holen. In das Ding da rein. So. Rein, dann. Rein da. Wie schwimmst du denn nach unten, Alice? Wuh, 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 wuh. Luft. Luft. Luftzimmer gut. Und... Swimmen, swimmen, swimmen. Swimmen, swimmen, swimmen. Das schafft man nicht. Das schafft man nicht. Vielleicht schafft man es, wenn man hier ganz außen und hier ganz oben und hier ganz rechts. Ja, man. Okay. Okay, ich muss da hoch. Mal kurz Luft holen. So. Auf geht's. Ein bisschen gekonnt. Und ja, voll perfekt ausgewichen. Und... Wir sind da. Ist hier der letzte Scheiter? Ja. Oh Gott. Lasst mich bloß hier oben stehen, ey. Ich spreche ja mal hier. So, und jetzt kann ich doch da lang. Das kann ich sehr wohl. Yeah, Double Jump auf dem Wasser. Und Wasser. Oh nö, oh nö. Direkt wirst du... Ey. Guckt ihr... Ey, ich kann mich hier gar nicht bewegen. Ja, das kann ich schon vergessen. Ich wäre gestorben. Ja, komm. Hab ich ihn getroffen? Ja. Immerhin etwas. Wo ist der andere? Das Messer ist durch ihn durchgeflogen. Habt ihr das gesehen? So. Und jetzt. Lasst mich hin. Frieden. Okay, wir haben ja mal wieder zwei Wege. Wo sind wir denn hier? Ach, sehe ich die Anfangshalle? Ja. Lasst mich in Ruhe, ey. Ich hab keinen Bock auf euch komischen Fischstäbchen, ey. So, und wo sind wir jetzt hier? Ach, wartet mal. Ist das die Halle, wo ich nix machen konnte? Na, ich seh das nicht so gut. Ich seh nur, dass ich grad tausend Fische um mir herum habe. Ich will da drauf. Ich will da drauf. Na, geht nicht. Egal, Leute. Ich muss nen Cut machen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Tschüss.